ja moin meine lieben freunde herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute geht es um ein typo 3 tutorial und zwar starten wir heute eine neue reihe typo 3 v 13 ist ja mittlerweile raus und ich habe mir gedacht wir starten jetzt einfach mal ein integrationsweg so wie ich es machen würde und ja ihr könnt dabei zugucken und das erste video handelt von der einrichtung von typo 3 also wir wollen auf zwei verschiedene wege typo reinzellieren das heißt wenn ihr nur einen der beiden wege wählen wollt dann könnt ihr einfach jetzt skippen zu dem punkt wo das halt für euch interessant wird kurze info noch zu dem tutorial ich werde jetzt nicht zeigen wie man die dafür installiert und so was weil das habe ich jetzt in zwei oder drei tutorials bereits gemacht die könnt ihr euch angucken die sind auch auf meinem kanal und wenn euch diese videos gefallen dann wäre ich natürlich super glücklich darüber wenn ihr diesen kanal abonnieren könntet dem video ein like geben könntet oder noch besser einfach ordentlich kritik geben also wenn ihr das video gesehen habt und dann so ein paar verbesserungsvorschläge oder was habt dann immer her damit oder wenn ihr fragen habt gerne in die kommentar sektion der algorithmus freut sich darüber so ich habe mir hier faust code gestartet und ihr seht ihr schon da habe ich einen ordner angelegt also mehr habe ich jetzt bisher auch noch nicht gemacht das was wir jetzt machen müssen ich mache das jetzt mal hier vollbild ist erstmal darüber nachdenken wie wollen wir typo 3 installieren einerseits gibt es die methode das ist die legacy methode da laden wir uns einfach die typo drei ressourcen runter packen sie auf den server oder bei uns lokal irgendwo hin wo wir eine php umgebung haben that's it also die installation ist relativ schnell und einfach der zweite weg wäre dann das über die dev zu machen also mit einer composer instanz und es natürlich auch der weg den wir später in diesem ganzen tutorial so machen wollen aber ich möchte euch jetzt einmal zeigen wie man das zum beispiel auf einem einfachen webspace installiert ohne dass man jetzt irgendwie groß mit composer und sowas hantieren muss ja für den ersten part wollen wir ja die legacy installation von typo drei machen und dazu habe ich mir schnell mal ein webspace eingerichtet wie das ganze funktioniert das müsst ihr leider selber herausfinden denn es gibt von hoster zu hoster super krasse verschiedene unterschiede wichtig ist einfach nur dass ihr eine ssh konsole habt denn damit können wir also sftp ssh ist ganz wichtig damit können wir dann die sim links anlegen die wir gleich brauchen damit wir so eine legacy installation zum laufen bekommen können es geht auch anders also man kann es sich auch über die typo drei ressourcen installieren allerdings ist das absolut schäbig und man sollte das definitiv nicht machen arbeitet bitte ganz dringend mit sim links und wenn der haus da keine ssh anbietet dann ist es kein guter haus da punkt ende aus mark my words so ich habe mir ich habe mich auch hier kurz einmal eingeloggt also ich gehe jetzt hier mal auf ich mache mal einen kleinen clear so dann sind wir hier in meiner sub domain drin und das ist einfach nur das hier was was wir hier sehen also wir können jetzt mal einen lsla machen da sehen wir hier da ist ein index.html der php version php ini die diese beiden dateien werden standardmäßig von plask bereitgestellt deswegen empfehle ich auch immer plask als als webspace zu nutzen weil dort einfach ja man hier relativ schnell einfach selbst die php einstellungen ändern kann und hier ist diese index html das ist einfach nur dieser test den ihr jetzt gerade seht so wie bekommen wir jetzt die legacy installation von typo 3 zum laufen indem wir auf get.typo3.org gehen und dann können wir hier auswählen welche version wir haben wollen da das das typo 3 13 tutorial ist wollen wir uns natürlich die typo 3 13 lts holen die ist nämlich mittlerweile raus und deswegen starte ich auch dieses tutorial wichtig ist nur dass ihr dieses system requirements erfüllt also dass ihr mindestens mit php 82 arbeitet und dann kann man sich natürlich noch die detaillierte liste angucken aber hier ist jetzt nichts groß interessantes mit bei es gab mal eine seite naja es gab mal eine seite wo das ein bisschen genauer erklärt wurde deswegen die packe ich am besten einfach in die beschreibung dann könnt ihr noch mal genauer reingucken was ihr alles braucht so wir wollen uns das über wgert curl runterladen später im zweiten teil dieses tutorials machen wir das dann über die def und hier haben wir jetzt zwei befehle wenn wgert nicht funktioniert dann könnt ihr einfach mit curl das runterladen in meinem fall funktioniert glaube ich wgert auch wunderbar ich paste jetzt einfach diesen befehl hier einmal rein und ihr seht schon der lädt jetzt einfach nur die typo 3 13.4.1 runter so dass es passiert das hat funktioniert jetzt kann man noch mal ein ls minus la machen und da sehen wir auch schon unsere typo 3 src so diese typo 3 src datei die müssen wir jetzt anpacken das machen wir mit tar minus xzf und dann typo 3 src xzf ist sind parameter die heißen extract sie formel und so weiter ich weiß es jetzt gerade auch nicht was zf bedeutet das kann man auch relativ einfach und schnell nachgucken dafür ist es jetzt tatsächlich auch nicht da deswegen müssen wir uns ein bisschen ran halten sonst wird das video wieder 30 minuten lang und das wollen wir natürlich nicht famous lads words so dann entpacken wir das und dann gucken wir noch mal hier rein und dann sehen wir jetzt hier unseren typo 3 src 3 4 1 ordner und wichtig ist wir können uns das auch bei dem installation guide hier einmal angucken der ist nämlich hier verlinkt können hier auf installation gehen und die haben das geändert jetzt jetzt machen wir einfach mit der installation weiter also das heißt ihr könnt jetzt aber dieses tut diesem tutorial folgen und dann naja geht's geht's auch so was müssen wir jetzt machen wir müssen jetzt drei sim links anlegen wir machen einmal ein sim link der heißt also mit ln leerzeichen minus s das ist der befehl für dass er ein link ein sim link hinzufügen soll der erste parameter das ist der ordner zu dem gesündigen werden soll das ist dann typo 3 src 13 4 1 und dann wie der sim link heißen soll und ihr werdet jetzt gleich aussehen wenn ich hier mal das aufmache dann sehen wir schon wir haben jetzt einen typo 3 src ordner und er zeigt jetzt auf typo 3 src 13 4 1 dadurch wird es später viel einfacher einfach zu updaten weil dann kann man einfach hier diese typo 3 src 13 4 1 ändern und man muss nur diesen sim link einmal löschen und neu anlegen auf die neue version packen that's it so dann geht's weiter wir wollen typo 3 install also die die weiteren beiden sim links anlegen dazu machen wir jetzt den sim link auf typo 3 src und gucken jetzt nach index.pp wenn die hier nach auto vervollständigung mit tab nicht zu sehen ist dann müsst ihr definitiv noch mal gucken ob euer sim link richtig gesetzt ist bei gewissen konsolen ist es so dass dann zum beispiel rot markiert ist dass der sim link nicht funktioniert und der zeigt dann zum beispiel auch nicht auf diesen pfeil also auf diesen hier in meinem fall können wir jetzt auch hier index.pp dahinter noch mal sparen weil die datei soll genauso heißen wie der fahrt hier ist der legt dann jetzt einen sim link namens index.pp an und der geht dann auf typo 3 src index.pp sei das können wir uns jetzt noch mal angucken ach ls minus la so und hier sehen wir dann die index.pp zeigt jetzt auch ein richtiges verzeichnis und dann müssen wir noch einen sim link anlegen und zwar heißt der typo 3 src slash typo 3 da ist dann unser typo 3 system dahinter und diese sim links sind jetzt alle da und jetzt müssen wir noch die index.pp erlöschen also müsst ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt aber ich muss es jetzt machen weil diese datei ist leider im weg die wird nämlich voraus gezogen also vorgezogen zur index.pp und deswegen ist das jetzt hier so und wenn ich jetzt hier einmal die seite neu lade dann erwartet uns hier schon die wunderhübsche neue das neue wunderhübsche neue dark design von typo 3 und hier können wir jetzt eine datei anlegen die nennt sich dann first install damit die installation hier startet das machen wir mit touch und dann geben wir hier einfach nur im root verzeichnis unsere installation first install ein so und jetzt laden wir die seite einmal neu und dann sehen wir schon hier okay wir haben jetzt ein problem die execution time ist jetzt relativ low diese probleme solltet ihr definitiv am anfang einmal beheben das mache ich jetzt auch eben schnell ich hoffe dass das jetzt schon gelöst ist wir machen jetzt noch mal ein scannen und jetzt sagt er hier das passt das habe ich jetzt einfach ein plesk in den php einstellungen hochgedreht hochgedreht dann können wir mit der installation fortfahren und hier kann man jetzt auswählen was für eine art von connection wir haben wollen ich mache jetzt hier mit mysqli weil das halt einfach der gängigste weg ist man kann es auch mit pdo machen oder man kann auch ein post square sql benutzen in meinem fall muss ich jetzt noch mal ganz schnell eine datenbank anlegen und dann trage ich hier diese sachen ein gibt es ja okay das wird so das ist jetzt auch eingerichtet passwort sitzt schon und jetzt der username ist tutorial und jetzt können wir uns gleich die daten auswählen jetzt hoffentlich gleich hinterlegt ist der host also das müsst ihr natürlich alles einstellen das sind die einstellungen die ihr von eurem hoster bekommt das ist bei mir alles jetzt hier richtig ich gehe jetzt hier auf continue und jetzt sagt er auch schon das passt die dann die zugangsdaten moment nicht speichern entweder wir können jetzt hier eine neue datenbank anlegen das können wir aber auch nur machen wenn der mysql benutzer die berechtigung dazu hat oder wir können die die bereits angelegt wurde für die seite jetzt hier auswählen und damit weitermachen sondern müssen uns jetzt noch ein admin account anlegen ich würde ihn jetzt aber mal lukas nennen und ich mache jetzt hier ein sehr sicheres passwort das darf ich leider nicht das ist natürlich ärgerlich dann nehmen wir irgendeins so dann nehmen wir ein tutorial passwort mit e mail adresse und die mache ich jetzt einfach mal so und dann sagen wir hier der site nehmen das ist jetzt nicht der seitenname wie das jetzt im frontend irgendwann zu sehen ist wenn wir damit anfangen sondern das ist jetzt der name des typo 3 systems im endeffekt und da sagen wir jetzt einfach mal pager test typo 3 so dann klicken auf continue und dann müssten wir gleich noch eine frage genau richtig entweder wir können jetzt hier sagen gut wir wollen jetzt eine liste von distributions installieren wir wollen eine leere start page erstellen oder wir wollen nichts machen und direkt ins backend gehen ich bin immer ganz froh dass zumindest schon mal irgendwas zu sehen ist damit wir sehen dass es funktioniert hat create empty starting page ist also bei mir der fall das könnt ihr selbst entscheiden und dann kann man schon hier falls man später mit redakteuren und sowas arbeiten möchte kann man hier noch den haken setzen dann legt der die default backend user groups an die dann halt für die berechtigung später interessant sind das werde ich auch machen weil das wird in meinem tutorial wahrscheinlich auch interessant deswegen werde ich das hier einmal aktivieren so dann gehen wir jetzt hier auf open the type of three backend und jetzt können wir uns einmal einloggen und ich hoffe ich habe jetzt gerade nicht vergessen was ich eingegeben habe das speichern wir uns einfach mal hier drin und jetzt sind wir im backend ja und das ist hier das typo 3 backend das heißt ihr habt jetzt im endeffekt euer typo 3 richtig eingerichtet und wir können ja jetzt noch mal schnell die reports einmal gehen und gucken ob hier auch alles soweit passt hier sagt er zum beispiel dass hier noch das system environment noch eingestellt werden muss was haben wir sonst noch ja wir haben jetzt hier ein php content der der zu einer sicherheitslücke führen könnte unter umständen und unser log ssl ist noch nicht aktiviert das können wir aber später machen in dem wenn wir das typo 3 einmal komplett durchgehen aber einfach oder volle gut stuff machen wir jetzt einfach mal kurz die diese log ssl einstellungen die können wir nämlich hier in den settings machen dann müssen wir uns mit dem entweder mit dem install to passwort was dann genau das gleiche erst user passwort ist einmal hier einloggen und dann kann ich hier auf configure options und dann können wir hier nach log ssl gucken das verhindert einfach dass man die seite nicht mehr per http aufrufen kann jetzt klicken wir right configuration jetzt hat an sich das gespeichert wenn wir jetzt in reports reingucken dann sollte das jetzt auch grün sein genau hier sagt er jetzt log ssl genau hier da das ist jetzt auch wieder okay und so kann man halt auch diese restlichen probleme beheben ich werde jetzt nicht alles beheben weil das system wird ja sowieso wieder gelöscht hier wenn ich hier damit fertig bin und jetzt haben wir unsere typo 3 system und dadurch dass ich hier eine test seite mir anzeigen lassen wollte kann man jetzt hier schon sehen die seite ist jetzt erreichbar und man kann ja sehen welcome to default website so und ja das ist der erste part wir haben jetzt hier typo 3 einmal installiert über die legacy methode und jetzt seht ihr noch wie man das über die def macht und dann später mit composer den ganzen spaß sozusagen die pläut die zweite methode ist auch meine präferierte methode denn man kann hier lokal entwickeln und kann dann später sich entscheiden wann man das alles deployen möchte oder dann anzeigen lassen möchte das heißt man muss jetzt nicht irgendwie sich ein webspace vorher kaufen und da dann immer alles irgendwie in dem versteckten oder passwort geschützten verzeichnis hochladen deswegen ja ich benutze faustcode ihr könnt natürlich auch php storm oder was weiß ich was ihr benutzen wollt benutzen für mich ist es einfach nur convenient dass ich hiermit mit mit faustcode alles soweit habe damit ich ordentlich mit typo 3 arbeiten kann so für windows user drückte jetzt control shift und fragt mich nicht warum aber dadurch öffnet sich hier unten eine konsole und diese konsole brauchen wir auch damit wir mit die def arbeiten können zuerst muss ich aber immer docker starten das heißt ich gewisse einmal docker desktop einen dann sollte gleich hoffentlich und sollte hoffentlich gleich docker uns uns hier irgendwo begrüßen da kommt er wichtig ist einfach nur dass jetzt hier docker aktiv ist wir gehen jetzt auf die seite get und typo 3.org und da sehen wir dann hier für die get 13 also ihr könnt natürlich auch in zwölfer holen aber die wird ja was 2026 den support einstellen die version 13 und dann können wir hier unter download set up a new project war ja die defn composer hier können wir jetzt einstellen wie unser typo 3 unser typo 3 installiert oder beziehungsweise eingerichtet werden soll in meinem fall bleibt bleibt hier dieser befehl eins zu eins genau der gleiche weil wir müssen hier ein public verzeichnis haben damit unter dem public verzeichnis also ein roof verzeichnis der ganze composer kram und sowas läuft und ist mir fehlt können wir jetzt tatsächlich eins zu eins einfach hier einfügen wenn wir das machen dann fängt er jetzt an alle konfigurationen und sowas anzulegen und dann sehen wir hier einen ddev ordner und können jetzt mal hier in die config.yaml reingucken der name das ist später der name des auch der url also das heißt wenn ihr den hier ändert bevor ihr das erste mal startet dann kommt natürlich auch das also dann würde es heißen hier in dem fall youtube-tutorial.gdf.site aber wenn ihr das zum beispiel nur tutorial.gdf.site nennen wollt dann müsst ihr hier das youtube back machen und sowas der type ist typo 3 der doc root das ist das root verzeichnis für die index datei also von wo die seite aufgerufen werden soll im web browser lautet public und dann gibt es hier noch super viele andere einstellungen die würde ich alles überlassen wichtig ist nur dass wir 8.2 mindestens benutzen und für maria db haben wir jetzt ein 10.11 hier der passt soweit so für alle deutschen zuschauer oder beziehungsweise zuschauer in der europäisch berliner zeitzone würde ich noch empfehlen eine sache einzustellen und zwar hier haben wir das aus kommentiert time zone europe berlin das pack jetzt noch jemand rein ist einfach nur dafür da dass wir jetzt irgendwie zeitstempel und sowas dass sie nicht im utc format gespeichert werden und hier gibt es noch ganz ganz viele andere kram den ihr einstellen lassen einstellen könnt das lassen wir jetzt alles mal komplett offen denn das ist jetzt nicht relevant für unser tutorial so und dann können wir ach so wie können wir nicht denn wir müssen das tutorial befolgen wir wollen jetzt hier eine typo 3 base distribution 13.4 installieren also wir hatten für die 13 entschieden 13.4 ist die lts version so und das können wir jetzt einfach mit diesem befehl machen den geben wir jetzt hier ein und dann installiert er uns ja einmal typo 3 so wie es sein soll für die dev einmal vor das kann jetzt ein bisschen dauern deswegen lehnt euch zurück holt euch einen kaffee und bis gleich so ich habe jetzt den kaffee geholt beruhigt habe ich mich jetzt nicht aber unsere installation ist zumindest weiter gelaufen und jetzt sagt er noch das ist für euch vielleicht noch interessant die dev konflikt minus update das ist dafür da dass automatisch eine konferenz update also wenn hier zum beispiel konflikt haben angepasst wurde dass das dann automatisch übernommen wird und dann macht er halt diesen die der freestart und was für euch automatisch sondern schon mal was weiß nächstes machen müssen und zwar die dev composer install so jetzt installiert der typo 3 hat jetzt nicht viel groß gemacht aber ich denke es wird jetzt erst passieren wenn ach so ja das hat er das hat er nämlich gerade hier schon gemacht wenn wir jetzt mal in die composer jason reingucken dann sehen wir dass die ganzen typo der core extensions alle schon hier in der composer.jason drin steht ja und dann machen wir mal unser typo 3 setup das machen wir das machen wir glaube ich einfach noch mal in dieser grafischen oberfläche ich fand das ein bisschen angenehmer das heißt diesen befehl ignorieren wir jetzt wir sagen jetzt einfach die dev start und jetzt können wir natürlich auch gleich direkt gucken unsere seite ist jetzt unter youtube minustutorial.dev.site erreichbar das können wir jetzt hier aufrufen ich mache es jetzt hier mit unserem firefox und er sagt jetzt hier verbinden das liegt daran dass wir das die dev composer also dass wir jetzt über composer das jetzt installieren müssen weil es hat jetzt gerade im nicht laufenden container hat es natürlich funktioniert deswegen haben wir jetzt hier die dev composer install und jetzt lädt er sich alle pakete einmal runter und wird generieren uns jetzt ja auch eine composer.glog so wie es sein soll und wenn wir jetzt die seite gleich noch mal neu laden dann sollten wir sehen dass unser typo 3 uns hier begrüßt dann laden wir seit jetzt einmal neu und jetzt begrüßt uns wieder wie beim ersten grad die typo 3 installation und jetzt können wir hier first install machen den legen wir jetzt an dazu gehen wir wieder in die konsole und geben ein idev exec und dann einfach direkt touch der befehl wieder und hier kommt dann first install rein so und wenn wir das jetzt neu laden oh ja mein fehler touch public slash first install weil unsere typo 3 instanz ist ja in public drin so und jetzt laden wir es noch mal neu jetzt sagt er hier wo das trusted host pattern das passt nicht das heißt wir müssen jetzt schon anfangen in unsere konfiguration reinzugehen oder wir sagen jetzt einfach das passt erst mal das machen wir auch erst mal weil wir müssen das trusted host pattern sowieso einmal einstellen auf typo 3 in typo 3 später wenn es installiert ist und dann machen wir jetzt einfach continue with arrows dass damit können wir jetzt diesen fehler einfach erstmal ignorieren der muss natürlich noch eingestellt werden sodann wieder benutzernamen bei die def ist immer db das passwort ist immer db der host ist weiß ich gerade nicht deswegen können wir die def describe einmal eingeben und dadurch werden uns dann alle informationen gezeigt und hier steht es dann ja auch der host für den db ist db also nicht localhost sondern db und der port ist 3306 klicken auf continue dann sagt er uns hier wir können jetzt hier eine vorhandene datenbank auswählen das ist dann db die wird auch automatisch angelegt darin wollen wir unser typo 3 system auch anlegen und so und jetzt klicken wir noch mal auf continue jetzt legen wir wieder unseren benutzernamen an so dann wieder die e mail adresse hier steht schon alles so richtig wie es sein muss und bei jr test typo 3 klicken auf continue sie legt dann den benutzer an und jetzt können wir hier auswählen wieder create empty starting page oder mach nichts und bring mich direkt ins backend wir wollen hier wieder unsere default backend user group anlegen und wir gehen ins typo 3 bekennt so jetzt loggen wir uns mit dem benutzer ein den wir gerade angelegt haben ich hoffe dass ich das passwort gemerkt habe wie oft das mir schon passiert ist dass ich das einfach da nicht hatte wollen wir gar nicht darüber reden und jetzt sind wir hier im typo 3 beckert und die typo 3 version ist gerade 13.4.1 wenn euch das dark design nicht gefällt dann könnt ihr übrigens auch hier in die einstellung gehen und dann den dark mode auf light mode switchen ich werde das tutorial beim dark mode machen weil ich einfach so ein gangster bin ja so dann schauen wir einmal kurz hier auch ach jetzt ist das nicht installiert wir müssen uns noch einmal die reports extension installieren das können wir auch gleich einmal diesen für teuer machen dann müssen wir später nicht machen das gibt es gar nicht jetzt muss ich sogar hier wirklich in die repository von typo 3 reingehen um die composer jason raus zu suchen und herauszufinden wieder wie der name dafür ist weil es diese seite einfach nicht mehr gibt es ist einfach nur also keine ahnung was die sich da in letzter zeit alles denken naja gut dann installieren wir das jetzt und das machen wir mit die dev composer require und dann halt der name der extension genauso installiert auch normale extensions jetzt keine extension sind aber ich muss es hier tatsächlich einmal nach installieren damit es da ist so jetzt müssen wir einmal in unser typo 3 reingehen gehen hier auf maintenance geben unser install tool passwort oder unser user passwort einmal ein machen den flash cash falls datenbank tabellen angelegt werden müssen müssen wir einmal hier datenbank anlegen jetzt laden wir das typo 3 backend einmal neu und jetzt haben wir hier unseren reports also umständlicher geht es nicht aber wer bin ich der das hier irgendwie der sich darüber beschweren darf und ja auch der gleiche fehler wie gerade eben beim bei der legacy installation log ssl können wir einmal hier und zwar unter konfigur options einmal mit log ssl auf schuhe setzen damit immer https hier genutzt wird und wenn wir dann die seite neu laden und dann einmal in reports reingucken dann sehen wir das log ssl hier auch weg ist so das trusted house pattern das kann man auch später im install tool ein einstellen und so weiter und so fort aber uns ist jetzt einfach nur wichtig dass unsere frontend seite hier lokal erreichbar ist und das ist sie das ist genau der gleiche weg wie es bei der legacy installation also das gleiche bild was sie jetzt gerade sieht wie es auch bei der legacy installation funktioniert hat und ja das würde ich würde sagen wir bleiben jetzt erstmal dabei das ist der erste part wenn ihr später noch fragen habt und sowas dann könnt ihr natürlich einfach in die kommentare reinschreiben und denkt doch daran dass der algorithmus sich natürlich immer über kommentare freut deswegen einfach raus und wenn euch das video gefallen hat dann lasst ein like da ansonsten abonniert gerne den kanal damit ihr die neuen videos dann nicht verpasst wenn die rauskommen also es kann auch sein dass ihr irgendwie neu in typo 3 seid oder sowas dann checkt doch gerne meinen kanal mal ab weil da habe ich nämlich auch für ältere typo 3 version schon ganz viele tutorials gemacht auf die ich vielleicht jetzt in dem in diesem tutorial in dieser tutorial reihe nicht mehr so genau darauf eingehe die sind dennoch sehr gut für anfänger geeignet und dementsprechend würde ich das natürlich dringend empfehlen dass ihr euch das auch gerne anguckt ja wenn es weiter nichts ist dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen tag oder abend oder morgen je nachdem wann ihr das video guckt und wir sehen uns im nächsten video wieder macht es gut bis denne tschüss ciao und auf wiedersehen